Servus Leute, Servus Leute, ich bin's wieder, Archaian. Heute machen wir den... Neues Video von DOS. Das letzte Erweiterung. Die an... Weiß ich nicht. Und... Ich bring morgen das Video raus, was wir jetzt sehen. Aber ohne meine Stimme. Jo, hier, vier neue Multiplayer-Mads. Und eine neue Element. Die ich liebe. Ich mach auch bisschen Pause. Oh, hier. Was sind das? Flie... Flie... Nee. Oh, hier. Eine Mine. Da hier. Endlich meine Mine. Eine Mine, die hier schütt... Oh mein Gott. Das ist ein Multiplayer-Mads. Oh mein Gott. Du kannst sterben. Da ist der Wolf. Den hab ich nicht. Oh, da ist auch noch so eine Britte. Da hier. von... von... Playoff 1. So auch was. Oh mein Gott. Du kannst da auch mitfahren. Tour. Und die nächste Matte. Eine Ice Matte. Die sieht auch wie bei... Auch wie bei... Betonweins aus. Das ist auch so eine Ice Matte. Und dann da wird nicht nur wieder diese Waffe. Diese Alienwaffe da. Ein... Sturm. Da... Ein... Äh... Ein... Ein... Sturm. Moment. So viel... Die hätte das haben dürfen. Die können das nur hätten. Oh mein, da ist der Arnaut. Ja, es ist spannend, wo ich Stopp drittentan. Ja, nächster Map, File Tool, eine Map mit Files, ein Auto, es brennt, Alarm, Hunde, das sieht schön aus mit Nummern, aber hier, Vorräte, dann fliehen Vorräte, das, dann kommt das, der Zitzel, das ist unfair, das können die wieder rausnehmen, boom, 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 das ist so fies, und jetzt die Ecke mit, oh mein Gott, da freu ich mich den meisten drauf. Was, nicht im Weltall? Oh Mann, ich hatte das, die laufen im Weltall. Alter, sieh, die Tante, sieh wie, wie in die Pipania aus. Oh, die Alien, das kennen wir schon alle. Der ist neu. Alter, was ist das ein Alien, der läuft so blau. Und dann macht das Tor auf. Verarschung, Alter. Oh, ich seh den Bohrer. Oh mein Gott, der hat dann auch fliehen und zutzelt. Fitt mich. Scheiß. Ey, ihr mit, ihr tönt mich mal. Jo, ich glaub, das war's. Ähm, morgens haben wir das Video ohne meine Stimme. Ciao.